Du kommst locker runter bis zum Steilstück jetzt und die Sprünge wo hier nicht drin sind, die muss man nicht alle mitmachen. Du kannst alles überrollen, du musst ja nicht springen. Was ich so krass finde, ist das Eckige, wo es so steil ist. Da, schau mal. Weil da so tiefe Fruchen drin sind. Ja. Das geht aber. Also da fahren wir vorne weg. Guck mal, der ist nur rot. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Ich will das mal sehen. Töne, du musst jaarr beheb- Töne, du musst. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh, spitze Steine du! Hast du das gehört? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Scheiße, 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 Vorrad eigentlich hängt. Nicht so viel mit dem Hinterradbremsen. Scheiße, Scheiße. 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 Scheiße.